Mommymade! Hallo und herzlich willkommen bei Mommymade. Heute spontan aus meinem Wohnzimmer. Herzlich willkommen! Ja, weil ich da gerade dabei bin, unseren Familienadventskalender für den Dezember vorzubereiten und ich dieses Jahr ein bisschen früher dran bin als sonst. Genau, und dachte, dass das vielleicht eine super Gelegenheit ist, euch den vorzustellen. Der eine oder andere hat ihn vielleicht auf meinem Blog schon gesehen in den letzten Jahren. Der ist schon länger bei uns, dieser Adventskalender. Aber eine schöne Sache und deshalb möchte ich es euch kurz zeigen. Der Hintergrund ist der, dass ich gerade als die Kinder klein waren, das irgendwie blöd fand, denen in der Vorweilungszeit jeden Tag Süßigkeiten in diesen Adventskalender zu packen und ich dann immer nach Alternativen gesucht habe. Irgendwie Flummi, Spängchen, aber man ist dann irgendwie auch relativ schnell bei Schleichtieren und bei Gott weiß was allem. Und das wurde mir dann irgendwann, ganz ehrlich, auch einfach zu teuer. Also irgendwie hat so eine Adventskalenderfüllung für zwei Kinder, hat man dann locker irgendwie 50 Euro auf den Kopf gehauen und dann dachte ich so, nee, also das muss irgendwie auch anders gehen. Das andere ist, dass ich dachte, dass diese Vorweilungszeit, diese Adventszeit schon auch eine Zeit ist, in der ich gerne hätte, dass wir irgendwie als Familie zusammenkommen. Man ist tendenziell ja auch mehr in der Wohnung als in anderen Jahreszeiten und da kann es ja nicht schaden, wenn man ein bisschen was hat, worüber man gemeinsam nachdenken und sprechen kann. Langer, der kurzer Sinn. Tada, die Lösung dieser Adventskalender. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur ein großer A2, DIN A2 Fotokatton in der Farbe oder der Wahl. Ich habe sie jetzt einfach mal so in Creme gehalten. Und 24 solcher Porträt, nee, weiß nicht, Passepartout-Karten. Also im Endeffekt Karten, die man sowieso hier, also den Rahmen haben und die man in ein Foto reinstecken kann. Ich habe die unten jeweils mit einem kleinen Stück doppelseitigen Klebeband zugeklebt, damit die Fotos dann nicht rauskommen. Und dann braucht ihr 24 Fotos des vergangenen Jahres. Also des Jahres, das gerade zu Ende geht. Bei uns sind das tatsächlich nicht immer die 24 allerschönsten Fotos, die wir so gemacht haben, sondern es sind vor allem Fotos von besonderen Momenten. Also klassischerweise dabei ist sowas wie ein Urlaubsfoto und Faschingsfotos von den Kostümen, weil die Kinder das immer ganz toll finden. Einstuhlung war letztes Jahr dabei. Genau, aber es können auch irgendwie so abstruse Sachen dabei sein, wie dieses hier. Was einfach nur, ich weiß nicht, ob man das von der Tat nicht mehr kennen kann, große, große Hagelkörner sind. Da hatte es im Juni mal solche Hagelkörner gehagelt. Und die haben wir fotografiert. Und das sind einfach Dinge, an die man sich daran erinnern kann. Wenn ihr, so wie ich, 2016 das an sowas wie den 28. November fertig macht und aufhängt, dann schreibt ihr einfach nur mit Buntstift oder Bleistift hinten die Zahlen 1 bis 24 drauf. Wenn ihr das, so wie ich dieses Jahr, juhu, mit ein bisschen mehr Vorlauf in Angriff nehmen, dann könnt ihr im Einzelhandel oder auch im Internet ganz, ganz schöne Adventskalender-Aufkleber bekommen. Wo ihr die im Internet bekommt, kann ich euch im Blog verlinken. Genau, und dann sieht das vielleicht ein bisschen Adventskalendermäßiger noch aus, wenn da hübsche Zahlen drauf sind mit Sternen oder wer weiß das. Genau, und im Endeffekt dreht ihr dann als Familie einfach jeden Tag ein Foto um. Und wir haben das irgendwann eingeführt, dass wir das am späten Nachmittag, frühen Abend machen, weil der Papa dann auch zu Hause war und das gemeinsam hingedreht haben und dann halt so ein bisschen uns erinnert haben. Einfach, was war das für ein Moment, wo waren wir da, könnt ihr euch erinnern. Und normalerweise führt das dazu, dass man dann irgendwie als Familie doch eine ganze Weile rumsitzt und gemeinsam in Erinnerungen schwellt und über die komplette Adventszeit eben das Jahr so ein bisschen Grünchen passieren lässt und das fand ich ganz schön. Und vielleicht findet ihr das ja auch schön und das macht euch Spaß und deshalb wollte ich es euch spontan zeigen, bevor ich da jetzt neue Fotos für diesen Adventskalender reinpacken. Viel früher als sonst. Genau, in diesem Sinne, ihr habt noch Zeit, zieht los in den Bastel-Einzelhandel vor Ort. Wie gesagt, da kaufe ich die Sachen, wo es das im Internet gibt, kann ich euch auch gerne im Blog verlinken. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Tschüss! Money Day!